Hallo liebe Foto- und Reisebegeisterte! Ja, Buschmann ist wieder im Busch und man sieht es vielleicht, die Fliegen drehen gerade oben herum, aber das ist völlig egal, weil das, was wir gerade erlebt haben, das war spektakulär. Wir haben eine Gepardenjagd im Regen fotografiert und gefilmt. Hammermäßig! Ich zeige euch die Bilder natürlich. Ja, und jetzt fängt es schon wieder an zu regnen und die Fliege in meinem Gesicht, die nervt mich gerade arg. Ich mache den Film mal aus und natürlich kriegt ihr noch mehr zu sehen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, direkt hinter mir eine ganze Elefantenherde, ganz nah dran am Auto und wer das auch gerne einmal live erleben möchte, der kommt mit mir auf Fotoreise nach Kenia in die Masai Mara. Schaut auf meine Webseite, dort findet ihr alle Termine zu den Fotoreisen nach Kenia. In diesem Sinne kann ich nur sagen, bleibt fasziniert und fotografiert, euer Martin Buschmann.